Äh? Mama! Drache! Drache! Ganz toll, mein Schatz! Was ist grün, flucht, müffelt und wohnt am liebsten auf der gammligen Müllkippe? Normal! Überall! Grässlich stinkender Abfall! Ist dieser Ort nicht Olchi? Schleime, Schlamm und Käsefuß! Die Olchis sind da! Wir sind die Olchis! Jetzt müssen sie schleunigst Freunde finden! Einen kürzigen Tag hinein! Damit sie für immer in Schmuddelfing bleiben können! Hallo! Oh, schau! Wahnsinn, sie essen Müll! Da fehlt doch noch was! Sowas? Beim Schlabberkrötenfurz! Dieses Abenteuer wird oberolchig! So möchte ich auch reisen! Sie wollen ein Tempel bauen! Genau hier! Auf Wiedersehen, Müllheide! Hallo, Wellness-Tempel! Los, Männer! Staltet die Bulldozer! Manche sagen, wir sind zu grün! Und dann sagen sie uns, haut ab! Zusammen können wir verhindern, dass das wieder passiert! Ja! Juhu! Nach der Bestseller-Buchreihe von Erhard Dietl Sind sie Außerirdische? Außerirdische? Landen nur in Amerika! Mit den Stimmen von Annemarie und Wayne Cartendale Hehehe! Drache! Ein Drache! Ein Drache! Mir doch egal! Die Olchis! Willkommen in Schmuddelfing! Nicht zuhause nachmachen, Kinder! Sowas vertragen nur die Olchis! Demnächst im Kino! Ein Drache!